Scheidungen sind nie schön. Aber die US-Zeitung San Francisco Globe hat jetzt über eine Scheidung berichtet, die ganz besonders unschön war. Und Roch. Es ist der Klassiker, nach 37 Jahren Ehe verlässt Jacke seine Ehefrau wegen der jungen Sekretärin. Die verzogene neue Freundin verlangt von Jacke, mit ihm in seiner millionenschweren Villa zu wohnen. Also gibt Jacke seine mittlerweile Ex-Frau Edith drei Tage Zeit um auszuziehen. Am ersten Tag packt sie ihre Sachen zusammen. Am zweiten Tag lässt sie zwei Möbelpacke kommen, die ihr Hab und Gut nach draußen schaffen. Und am dritten Tag kommt ihr großer Auftritt. Sie setzt sich zum letzten Mal an die Tafel im Esszimmer, macht sich Kerzen an, lässt ruhige Hintergrundmusik spielen und schlemmt ein Pfund Schrimps, ein Glas Kaviar und eine Flasche Cardonei. Auf einmal begann das Haus zu stinken. Als sie fertig ist, geht sie in jeden einzelnen Raum und stopft halb geschälte Schrimps, die sie zuvor in den Kaviar gediebt hat, in die Hohlräume der Gardinenstangen. Danach räumt sie die Küche auf und geht. Als Jacke und seine neue Freundin in ihr neues Haus kamen, war alles eine einzige Glückseligkeit. Doch dann begann das Haus auf einmal zu stinken. Sie versuchten alles, lüften, putzen, wischen, sogar die Abzüge wurden nach toten Tieren abgesucht. Nichts half. Sie bekamen keinen Besuch mehr. Die Handwerker lehnten es ab, in dem Haus zu arbeiten. Auch die Putzfrau kundigte. Schließlich hielten sie es selbst nicht mehr aus und entschieden sich umzuziehen. Auch nach einem Monat, selbst nachdem der Verkaufspreis halbiert wurde, fand sich kein Abnehmer für das stinkende Haus. Nun mussten sie einen großen Kredit aufnehmen, um sich ein neues Häuschen zuzulegen. Edith bekommt das Haus zurück, zu einem Zehntel des Preises. Nach einer Weile rief Edith ihren Decksmann an. Er erzählte ihr von dem stinkenden Haus. Edith hörte aufmerksam zu und sagte, wie sehr sie ihr altes Zuhause vermisse und dass sie es als Scheidungsvereinbarung für weniger Geld gerne zurück hätte. Jacke dachte, er würde den Deall seines Lebens machen und akzeptierte die Vereinbarung. Er bekam zwar nur ein Zehntel des Anfangspreises, war aber nun endlich das Stinkelhaus los. Eine Woche später strahlten Jacke und seine Freundin über beiden Ohren, als sie sahen, wie die Möbelpacker ihre Sachen aus dem stinkenden Haus trugen.